So im heutigen Video schauen wir uns ein ganz klassisches Beispiel in der Kinematik an, und zwar den schiefen Wurf. Beim schiefen Wurf schaut man sich folgende Ausgangssituation an. Sagen wir mal, wir haben irgendein Objekt, zum Beispiel eine Kugel, und wir werfen diese Kugel schräg nach oben. Und was wir jetzt berechnen wollen, sind so Sachen wie zum Beispiel die Flugkurve, wie weit fliegt diese Kugel, wie hoch fliegt diese Kugel und wie lange dauert dieser Wurf. In diesem Video schauen wir uns folgendes konkretes Beispiel an. Sagen wir mal, wir werfen diese Kugel mit einer Anfangsgeschwindigkeit von 20 m pro Sekunde. Der Abwurfwinkel, der ist 30 Grad, das heißt, dieser Winkel hier, das ist Alpha, der ist 30 Grad, und wir werfen diese Kugel aus einer Höhe von 5 m. Das heißt, dieser Abstand, der ist 5 m. Und was wir in diesem Video berechnen wollen, sind einmal die x-Koordinate und die y-Koordinate abhängig von der Zeit, dann die Flughöhe, die Wurfdauer und die Flugweite. Wir werden zuerst mal diese Formeln herleiten müssen, mit denen wir diese Größe berechnen können, und dann werden wir ganz einfach diese Werte einsetzen. Sobald du nur interessiert bist, wie kann man das hier berechnen, ohne zu wissen, wo das Ganze herkommt, dann kannst du zum Ende dieses Videos springen. Auf jeden Fall fangen wir jetzt mal an. Als erstes möchte ich diese Geschwindigkeit V0 in eine x- und in eine y-Komponente aufspalten. Die x-Komponente, die bezeichne ich mit Vx und die y-Komponente mit Vy. Und wir haben hier jetzt ein rechtwinkeliges Dreieck. Wir kennen diesen Winkel, das ist unser Abwurfwinkel, das ist Alpha. Und damit können wir uns jetzt Vx und Vy berechnen. Einmal schauen wir uns den Kosinus von diesem Winkel Alpha an. Der Kosinus von Alpha ist Ankathete dividiert durch Hypotenuse, also Vx durch V0. Und der Sinus von Alpha, der ist Genkathete durch Hypotenuse, also Vy dividiert durch V0. Wenn wir jetzt dieses V0 auf die andere Seite der Gleichung bringen, dann steht hier Vx ist gleich V0 mal dem Kosinus von Alpha und Vy ist gleich V0 mal dem Sinus von Alpha. Diese beiden Formeln, die werden wir gleich wieder brauchen. Auf jeden Fall überlegen wir uns mal, was wollen wir denn als erstes berechnen. Wir wollen als erstes x von d und y von d berechnen. Du weißt wahrscheinlich, dass wenn du eine Ortskoordinate nach der Zeit ableitest, dann kommst du auf die Geschwindigkeit. Das heißt, wenn du die x-Koordinate dieser Kugel, die ist ja abhängig von der Zeit, wenn du die nach der Zeit ableitest, dann kommst du auf die x-Komponente der Geschwindigkeit. Und wenn du diese Geschwindigkeit nochmal nach der Zeit ableitest, dann kommst du auf die Beschleunigung. So, wir kennen x von d nicht, aber wir kennen die Beschleunigungen. Das heißt, wir müssen, um von dieser Beschleunigung auf die Koordinate zu kommen, zweimal integrieren. Einmal müssen wir integrieren, dann kommen wir auf die Geschwindigkeit. Und wenn wir dann nochmal integrieren, dann kommen wir auf die Ortskoordinate. Das heißt, das werden wir jetzt Schritt für Schritt machen. Überlegen wir uns zuerst mal, kennen wir denn überhaupt die Beschleunigungen? Und ja, die kennen wir. Einmal die Beschleunigung in x-Richtung, die ist 0. Das heißt, wenn wir uns nur die Bewegung in x-Richtung, also in diese Richtung, dieser Kugel anschauen, dann ist das eine unbeschleunigte Bewegung. In y-Richtung haben wir aber eine Beschleunigung, und zwar die Erdbeschleunigung. Die zeigt nach unten, das heißt, minus g. So, und wie schon gesagt, um jetzt von der Beschleunigung auf die Ortskoordinate zu kommen, müssen wir das Ganze hier zweimal integrieren. Wenn wir das erste Mal integrieren, dann kommen wir auf die Geschwindigkeit. Das sieht dann folgendermaßen aus. Fangen wir mal an mit der y-Komponente. Das heißt, wir integrieren die y-Komponente der Beschleunigung, ay, nach der Zeit. Dann kommen wir auf vy, also die Geschwindigkeit in y-Richtung. So, wir integrieren hier eine konstante Funktion. Wenn wir die integrieren, kommen wir auf eine lineare Funktion. Plus irgendeine Integrationskonstanten. Und die müssen wir noch bestimmen. Schauen wir uns dafür diese Abbildung etwas genauer an. Sagen wir, dieser Zeitpunkt, an dem wir diese Kugel abwerfen, das ist der Zeitpunkt d ist gleich 0. Wir können jetzt natürlich auch sagen, das ist der Zeitpunkt d ist gleich 2 Sekunden. Das wäre aber unnötig kompliziert, sagen wir einfach, das ist unser Startzeitpunkt d ist gleich 0. So, wir wissen, zum Zeitpunkt d ist gleich 0 ist die y-Komponente der Geschwindigkeit, diese Geschwindigkeit von 0, vy, also v0 mal Sinus Alpha. Das bedeutet, wenn wir jetzt hier d ist gleich 0 einsetzen, dann muss v0 mal Sinus Alpha rauskommen. So, wenn wir hier v0 einsetzen, dann muss das Ganze, wenn wir hier 0 einsetzen, muss das Ganze v0 mal Sinus Alpha sein. Das hier ist 0, das heißt c ist gleich v0 mal Sinus Alpha. Das können wir jetzt hier einsetzen für c und dann kommen wir auf diese Formel für die y-Koordinate der Geschwindigkeit. Genauso machen wir das mit der x-Koordinate der Geschwindigkeit. Hier integrieren wir über 0. 0 integriert ist einfach irgendeine Konstante. Und wir wissen, zum Zeitpunkt d ist gleich 0 ist die x-Komponente der Geschwindigkeit vx, also v0 mal Cosinus Alpha. So, weil wir hier nur eine Konstante haben, muss diese Konstante gleich v0 mal Cosinus Alpha sein. Und damit haben wir die x-Komponente der Geschwindigkeit berechnet. So, um jetzt von den Geschwindigkeiten auf die Ortskoordinaten zu kommen, müssen wir nochmal integrieren. Das sieht dann folgendermaßen aus. Schauen wir uns zuerst mal die x-Koordinate an. x von t ist gleich das Integral von der Geschwindigkeit vx, also v0 mal Cosinus Alpha nach der Zeit. Das ist eine Konstante Funktion, das heißt daraus wird eine lineare Funktion plus irgendeine Integrationskonstanten. So, wir wissen aber, zum Zeitpunkt d ist gleich 0, befindet sich diese Kugel hier unten bei x ist gleich 0. Das heißt, wenn wir hier für d0 einsetzen, dann muss das Ganze 0 sein. Und jetzt steht schon hier, c ist gleich 0. Das heißt, wir können dieses c hier einfach weglassen. Schauen wir uns als nächstes die y-Koordinate an. y von d ist gleich das Integral von der Geschwindigkeit vy. y von y ist gleich minus g mal t plus v0 Sinus Alpha. So, wir müssen zuerst mal diesen linearen Term hier integrieren. Eine lineare Funktion integriert wird zu 1 halb mal einer quadratischen Funktion. Das heißt, hier steht minus 1 halb mal g mal t Quadrat. Das hier, das ist wieder ein konstanter Term, der wird zu einem linearen Term, also von 0 mal Sinus Alpha mal t. Wieder plus irgendeine Integrationskonstanten. Die können wir uns wieder folgendermaßen bestimmen. Wir wissen, zum Zeitpunkt d ist gleich 0, ist die y-Koordinate dieser Kugel gleich die Höhe h. Also diese Kugel, die befindet sich hier auf der Höhe h. Die ist in unserem Fall 5 Meter. Das heißt, wenn wir hier nur einsetzen, dann muss das Ganze 5 sein. So, wenn wir hier 0 einsetzen, fallen diese beiden Terme weg und es steht da, c ist gleich 5 oder besser gesagt, c ist gleich h. Das bedeutet, für c können wir jetzt ganz einfach h einsetzen. Und damit haben wir jetzt die x- und die y-Koordinate dieser Kugel berechnet. Das heißt, wir haben diese Flugbahn berechnet. Dieser erste Punkt, der wäre schon mal erledigt. So, als nächstes verwenden wir jetzt diese Formeln, die wir uns hier hergeleitet haben, um uns die Flughöhe, die Wurfdauer und die Flugweite auszurechnen. Fangen wir mal an mit der Flughöhe. Wie kann man sich mit der folgenden Überlegung berechnen? Schauen wir uns mal nur die vertikale Bewegung dieser Kugel an. Diese Kugel, die startet hier auf der Höhe h, fliegt dann ein Stückchen nach oben. Darum bleibt sie dann einen Kurzmoment stehen und dann fliegt sie wieder nach unten. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, an dem diese Kugel die maximale Höhe erreicht hat, ist ihre Geschwindigkeit 0. Also wir kommen auf folgende Bedingung. Die y-Komponente der Geschwindigkeit, die ist am höchsten Punkt gleich 0. Die y-Komponente der Geschwindigkeit, die haben wir uns hier unten schon ausgerechnet. Also 0 ist gleich minus g mal d plus v0 mal sin alpha. Und jetzt stellen wir diese Formel auf d um. Das geht ganz einfach. Zuerst mal holen wir dieses minus g mal d auf die andere Seite der Gleichung. Und dann dividieren wir diese Gleichung noch durch g. Dann steht hier d max, ich habe es jetzt einfach mal d max genannt, ist gleich v0 sin alpha, dividiert durch g. Das ist jetzt der Zeitpunkt, an dem diese Kugel den höchsten Punkt erreicht. So, und wenn wir jetzt die Höhe dieses höchsten Punktes ausrechnen wollen, dann müssen wir ganz einfach y von dieser Zeit ausrechnen. Also, das sieht dann folgendermaßen aus. y von d max ist gleich, wir setzen ein in diese Gleichung hier, minus 1 halb mal g, v0 quadrat sin alpha, dividiert durch g quadrat. Plus, hier steht v0 mal sin alpha, mal d, d ist ja v0 sin alpha, das heißt wir haben wieder ein v0 quadrat sin alpha zum quadrat, dividiert durch g. Plus, hier hinten noch, plus h. So, hier können wir einmal g und g quadrat rauskürzen und jetzt steht hier, einmal v0 quadrat sin quadrat alpha durch g minus 1 halb mal v0 quadrat sin quadrat alpha durch g. Das heißt, 1 minus 1 halb ist gleich 1 halb mal dem ganzen hier und dann noch plus h. Und das ist jetzt unsere maximale Flughöhe. Als nächstes wollen wir uns die Wurfdauer und die Flugweite berechnen. Die Wurfdauer, die berechnen wir uns mit folgender Überlegung. Und zwar ist ja dieser Flug genau dann vorbei, wenn diese Kugel auf den Boden trifft. Das heißt, wenn die y-Koordinate der Kugel gleich 0 ist. Und wenn wir uns den Zeitpunkt d ausrechnen, an dem das passiert, dann wissen wir, wie lange dieser Flug gedauert hat. Also, wir müssen folgende Gleichung lösen. 0 ist gleich y abhängig von d. Und y abhängig von d ist diese Gleichung. Das haben wir uns ja hier ausgerechnet. Das ist jetzt eine quadratische Gleichung. Hier verwenden wir dann ganz einfach die quadratische Lösungsformel. Dann kommen wir auf das Ganze hier. Hier können wir jetzt noch dieses Minus hier rauskürzen. Hier steht ja sowieso plus minus, das können wir einfach ignorieren. Und damit kommen wir jetzt auf diese lange Formel für die Wurfdauer. Und wenn wir uns jetzt ausrechnen wollen, wie weit ist diese Kugel geflogen, dann müssen wir ganz einfach diese Zeit, die wir hier rausbekommen haben, in x abhängig von d einsetzen. Das heißt, wir rechnen uns dann aus, wie groß ist die x-Koordinate, das heißt diese Länge, zum Zeitpunkt d. Und das ist ja genau die Flugweite. So, schauen wir uns jetzt endlich unser Beispiel an. Berechnen wir zuerst mal die x- und die y-Komponente dieser Anfangsgeschwindigkeit v0, weil wir die ja die ganze Zeit brauchen. Das heißt, vx ist gleich 20, das ist unser v0, mal dem Cosinus von Alpha mal dem Cosinus von 30 Grad. Das ist ungefähr 17,32 Meter pro Sekunde. Vy ist 20 mal dem Sinus von 30 Grad. Der Sinus von 30 Grad, der ist ein Halb. Das heißt, wir kommen hier auf eine Geschwindigkeit von 10 Meter pro Sekunde. Damit können wir uns jetzt die x- und die y-Koordinate dieser Kugel ausrechnen. Das sieht dann folgendermaßen aus. Für x von d verwenden wir diese Formel und für y von d verwenden wir diese Formel. x von d ist gleich v0 mal Cosinus Alpha, das haben wir uns hier oben ausgerechnet, mal d. Das heißt, 17,32 mal d. Und y von d ist gleich minus 1,5 g. g, das ist die Erdbeschleunigung, das ist 10 Meter pro Sekunde aufgerundet. Dann kommen wir auf minus 5 d Quadrat plus v0 mal Sinus Alpha. Das haben wir jetzt auch hier oben ausgerechnet, das ist 10. Das heißt, plus 10 mal d plus der Höhe h, die ist 5. Also y von d ist diese Funktionsgleichung. Jetzt können wir uns die Flughöhe ausrechnen. Die Flughöhe, die kann man sich mit dieser Formel hier unten berechnen. Das heißt, setzen wir ein, das sieht folgendermaßen aus. y Max ist gleich 1,5 mal. V0 mal Sinus Alpha ist 10. 10 zum Quadrat ist 100. Das Ganze dividiert durch g. g ist aufgerundet 10. Und dann noch plus h. h ist in unserem Fall 5. So, hier haben wir 100 dividiert durch 10, das ist 10. 10 mal 1,5 ist 5, also 5 plus 5 ist 10 Meter. Also die maximale Flughöhe, die ist 10 Meter. So, dann die Wurfdauer. Die Wurfdauer, dafür müssen wir in diese Formel einsetzen. d ist gleich v0 mal Sinus Alpha. Das haben wir jetzt hier ausgerechnet, das ist 10 plus minus v0 mal Sinus Alpha zum Quadrat, also 10 zum Quadrat, das ist 100 plus 2 mal g mal h, das ist 2 mal 10 mal 5 und das ist auch wieder 100. Das Ganze dividiert durch g, dividiert durch 10. Also, 10 durch 10 ist 1 plus minus und wenn du das hier ausrechnest, dann kommst du auf 1,41. Das ist die Wurzel aus 2. Wir bekommen hier jetzt zwei Lösungen raus, einmal eine negative und einmal eine positive Lösung. Das liegt daran, da diese Parabel hier, diese Wurfparabel, zwei Nullstellen hat. Uns interessiert aber nur diese positive Nullstelle. Das heißt, wir schauen uns hier nur dieses Plus an. 1 plus 1,41, das ist 2,41. Und das ist unsere Flugdauer. So, und um uns jetzt die Flugweite auszurechnen, müssen wir uns nur die x-Koordinate dieser Kugel zu diesem Zeitpunkt ausrechnen. Das heißt, x von 2,41 ist gleich 17,32 mal 2,41 und das ist ungefähr 41,74. Und damit haben wir uns jetzt alles ausgerechnet, was wir zum schiefen Wurf wissen wollten. Falls du dir jetzt noch weitere Videos zur Kinematik anschauen willst, dann verlinke ich dir die Playlist, wo du diese Videos finden kannst, jetzt noch unten in der Videobeschreibung.